Hier sein. Ja, wir gehen ne Runde, Kölger. Wie ne Runde. Dann kommt hier einmal rum. Das stimmt auch nicht. Das haben wir bis jetzt nie so gemacht. Oh man. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Ich möchte eine Mediamarktseite haben, wo man einfach suchen kann. Soul Squad. Aber gibt es nicht, ne? Gibt es gar nicht, ne? Ich war mal auf einer, da kommst weniger zu sehen. Festplanen und so. Da hast du gesehen, die wäre echt nur scheiße. Wo bist du denn da? So eine Art Online-Shop oder so. Der Markt hat einen Online-Shop. Nee, jetzt ist ein Online-Prospekt. Siehste. Ja, da bin ich. Aber da gibt es irgendwie nicht so die Kategorie Spiele. Aber nur PCs. Und da sind so richtig nur PCs schon. Hallo komische Frau oder Mann oder whatever, wo sind sie? Irgendwann muss der doch nicht mehr. Ich möchte in die Kategorie Games. Danke. Wie möchten Sie denn hin? Ein Gamer. Ähm, ein Gamer. So, bei dir. Yo, Pussy. Teleport the Games. Wollte vorkommen, ich kenne küsse im Prinzip. So sehen wir jetzt halt eigentlich nicht. Ich finde es schön, dass ihr so Gang-Charts habt, aber wenn mein Game nicht dabei ist, bringt mir das einfach nichts. Ja, wie lange ist das Spiel eigentlich schon raus? Überhaupt mehr noch früher. Also, das Grundspiel seit 2006. What? Ist das so lange? Das neueste Add-on scheinbar ist ein Put-Tank. Okay. So sehen wir noch was gleich schon. ich habe allergien, die nase juckt regelmäßig geschnüssen wir haben bluthibiskus geschnüppelt es kann wirklich sein, dass er beim mediamarkt nicht zu finden es kann sogar sein, dass vielleicht von den soulsquad die deutsche version noch nicht raus wird auf amazon habe ich auch nur in Pfund und in US-Dollar gefunden wann soll es rauskommen bei uns? also irgendwo stand 16. Juni aber irgendwie haben ein paar leute es auch schon gespielt ich weiß nicht ob die dann einfach mal Auseinander gekauft haben und dann schon in der ersten Releasewoche bekommen haben dann müssen wir vielleicht erstmal das Grundspiel holen und die Kampagne erstmal so und vielleicht das im Multiplayer ein bisschen ja, während ihr jetzt steht bei Amazon.de Man of War, Soul Squad ah ne, watsfuck, dieser Artikel wird am 23. Juni erscheinen pfff, das ist gut, du weißt damit ist es offiziell alles cool muah und man of War scheint es auch nicht bei mediamarkt zu gehen Das wo wir bestellen was werde ich das für bestellen Vielen Dank. Vielen Dank. Vielleicht findet man so eine Version bei SHIELD. Ich werde das morgen mal checken. Empire Total War? Nee. Star Wars Empire Total War? Elf gelten. Empire at War eigentlich? Empire at War, sag ich ja. Hatten wir ja auch so einen Griff da geleistet. Ja, gut. Ach nein. Seid nicht gesprungen. Ich bin nicht gesprungen, ich bin runtergestürzt. Irgendwann ist ein bisschen weich gelernt. Ich weiß nicht das mal. Ich teleportier mich raus und wieder rein. Reiche auch, weil ich bin losgerannt und plötzlich blubb weg. Was erkläre ich dir das? Und? Irgendwie und. Wo bist du gelandet? Beim Teleportation bin ich wieder am Eingang gelandet. Ach. Ach. Ich höre mir kurz was süßes. Oh oh. Okay. 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 Am Ende Das ist die Amazon Man of War, die deutsche Version 30 Euro, Man of War UK Imports 12 Euro. Mich macht nichts fertig. Portofry? Jo. Das Grundspiel 30 Euro? Jep. Immer noch. Jep. Oh man, das ist ziemlich komisch. Andere Angebote gebraucht, gebraucht, gebraucht. Ja seriously, bringen wir nicht. Ich finde auch nur so Serial Key Sharks. Ja, ist cool. Ist cool. Was wartet er, da geht er auch weiter. Was wartet er, da geht er auch weiter. Ja. Ich bin immer noch. Ich bin immer noch. Ich bin immer noch. Ja, so müssen wir das jetzt UK importieren. Meinst du, wie lange dauert das aber? Wenn Amazon was verschickt und versendet, ein, zwei Tage länger als sonst, also so vier Tage. Na, das wird ja nur noch viel passen. Aber, wenn es nicht von Amazon direkt kommt, wird das schon mal länger dauern. Ich kenne mich da an mein Mikro. Naja. Und wie ist das dein Multiplayer, sind das irgendwie, spielen alle den gleichen Multiplayer in allen Ländern? Ich denke schon. Ich dürfte ja kein Problem sein. Ich denke, ichBye. Das ist dein Gegenproth. Sieht zu, wenn ich dazu mache. Ich habe sie für dich geäten. Ich bin bereit, das ist schön. Es kommt, das ist schön. Ich gebe nicht gerne. Ich gebe nicht. Also, ich freue miche. Ich gebe nicht. Kauze. Ich gebe nicht. 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 Ah ne, Verpackungsversand ist noch nicht mit drin, aber da kommen nochmal 4,20 Euro drauf, also 16,20 Euro, wenn man noch halb so viel ist. Versand? Durch wen denn jetzt? Sieht man das noch? Verkauf durch? Ne, wahrscheinlich nicht. Verkauf und Versand durch Amazon steht da noch. Der Sand durch steht mir nirgends, wir nur verkaufen.